Der Siberian Hitch ist der beste Knoten für den Winter und einfach zu lernen. Das lose kurze Ende einmal um deine Hand wickeln, die Hand unter der Ridge Line durchführen und ein bisschen drehen. Das ist das kurze Ende, das ist die Ridge Line. Drüber fassen, das kurze Ende packen und den Knoten festziehen. Das Ganze lässt sich einfach zum Baum verschieben. Zur Sicherung ein Holzstock durch die Schlaufe fertig. Lässt sich ganz leicht wieder aufziehen. Und warum ist er so genial? Funktioniert auch mit Handschuhen im Winter. Habt ihr schon einmal versucht mit kalten Fingern einen Knoten zu knüpfen? Oder habt ihr schon einmal probiert mit steifen Fingern in einem gefrorenen Seil einen Knoten zu lösen? Und das ist der große Vorteil des Siberian Hitch. Vielen Dank. Vielen Dank.